Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Hier in diesem Video möchte ich mir mit euch mal wieder einen Videoconverter anschauen. Ein Videoconverter, was ist das? Ganz einfach, es ist ein Programm, mit dem ihr Videos in andere Formate bringen könnt und eventuell noch mal etwas an den Videos auch korrigieren könnt. Also ich nenne es einfach immer das Schweizer Taschenmesser für den Videoproduzenten. Hier bei diesem Videoconverter handelt es sich um den Videoconverter von Hitpaar und zwar den Hitpaar Videoconverter. Ich habe ihn hier schon mal installiert. Wichtig, dieser Converter wird in drei Varianten angeboten. Zum einen haben wir ein Abo-Modell, was quasi monatlich oder jährlich kündbar ist oder mehr zu sagen, dementsprechend abschließbar ist. Hat den Vorteil, wenn ihr mal einen Videoconverter wirklich nur für ein Projekt braucht, abonniert ihr euch diesen Videoconverter für einen Monat, bezahlt ihn für den Monat und kündigt ihn danach wieder und habt euer Projekt fertiggestellt. Wenn ihr ihn länger braucht, könnt ihr ihn für ein Jahr abonnieren. Und wenn ihr ihn dauerhaft verwendet, kauft ihn doch einfach lebenslang. Diese drei Modelle stehen zur Verfügung. Nichtsdestotrotz schauen wir uns jetzt einfach mal den Converter an. Wir sehen, der Converter ist eigentlich sehr einfach aufgebaut. Wir sehen sofort, was wir alles machen können. Wir können konvertieren. Wir können Videos herunterladen. Das ist auch eine Funktion, die brauchen wir mitunter auch. Besonders für uns Webproduzenten ist es eventuell sinnvoll, wenn wir auch mal eigene Videos irgendwo aus dem Internet herunterladen können oder Videoschnipsel aus dem Internet herunterladen können. Dieser Converter hier unterstützt bis zu 10.000 Webseiten, von denen wir Material herunterladen können. Hierzu noch ein wichtiger Hinweis. Zum Beispiel gerade auf YouTube ist es untersagt, Videomaterial herunterzuladen. Wenn ihr das macht, könntet ihr eventuell euch auch einen Strike einfangen. Nur so als Hinweis am Rande. So, neben dem Herunterladen haben wir natürlich noch verschiedene Bearbeitungsmöglichkeiten. Die möchte ich mit euch dann auch mal ausprobieren und noch weitere Funktionen, die wir uns hier auch noch zusätzlich beschaffen können. Ihr seht hier, welche Funktionen angeboten werden. Beginnen wir einfach mal mit dem reinen Converter. Das heißt, der Converter funktioniert eigentlich ganz simpel. Wir haben ein Video, was meinstweigen von irgendeiner Kamera aufgezeichnet worden ist, die irgendein schiefes Videoformat verwendet, was einfach in eurem Schnittprogramm nicht funktioniert. Der Converter kann euch hier helfen. Ihr könnt hier das Video umkonvertieren, sodass es dann auch in jedem Schnittprogramm funktioniert. Ich mache das jetzt einfach mal mit euch. Das geht jetzt hier folgendermaßen. Ich habe jetzt hier einfach mal eine Action-Cam-Aufnahme, eine Zeitraufferaufnahme. Die möchte ich konvertieren. Ihr könnt sie einfach entweder hier bei Drag & Drop in das Menü Konvertieren hereinlegen oder ihr klickt hier auf Datei hinzufügen und wählt dann dementsprechend, wenn ihr den Pfad eingegeben habt, die Datei aus, die ihr benutzen möchtet. Ich will jetzt hier einfach mal diese Datei verwenden. Ihr seht, sie wird geöffnet und wir können sofort mit dem Konvertieren beginnen. Beim Konvertieren ist natürlich wichtig, in welche Zieldatei oder in welches Zielformat wir konvertieren möchten. Das können wir auf zwei Arten einstellen. Habt ihr hier noch keine Datei eingelegt, könnt ihr das hier unten auswählen. Klickt einfach mal hier drauf. Und hier haben wir verschiedene Möglichkeiten. Wir können sämtliche Videoformate wählen. MP4 dürfte das bekannteste sein. Move eventuell dann dementsprechend für Apple-Geräte. MKV für Windows-Geräte und so weiter und so fort. Ihr könnt auch direkt die Geräte wählen. Wenn ihr zum Beispiel irgendwelche Geräte wie Smartphones von Google oder LG oder Ähnliches verwenden wollt, wählt ihr hier das Gerät aus und könnt hier so das richtige Format auswählen. So passt das Video dann exakt auf den Bildschirm eures Smartphones. Wir können natürlich auch dasselbe für soziale Medien nutzen. Zum Beispiel ich würde hier auf YouTube arbeiten, würde dementsprechend hier nicht TikTok, sondern YouTube auswählen und suche hier mein Format, was ich benutzen möchte. Zum Beispiel in meinem Fall YouTube HD, also hier in dem Fall Full HD und würde das hier auswählen. Und ihr seht, es wird sofort hier oben übernommen. Als kleine Zusatzspielerei können wir natürlich auch Video zu Audio konvertieren. Ist auch sehr nützlich. Ich zeige es euch auch nochmal. Wählt das einfach mal an, wählt hier Audio und hier könnt ihr auch die diversen Audioformate auswählen. MP3 dürfte das bekannteste sein. Ich arbeite aber gerne unkomprimiert, also WAV würde ich wählen. Und so könntet ihr dann auch verlustfrei oder dementsprechend leicht komprimiert eure Audios dementsprechend aus dem Video herausziehen. Ich möchte aber Video konvertieren. Habe mein Video hier liegen, habe jetzt hier mein Format eingestellt. Wir sehen das Startvideo ist ein MP4 Video, was 286 MB ungefähr hat. War natürlich sehr hoch komprimiert, weil es von einer Action Cam aufgezeichnet worden ist. Wird dann hier in ein YouTube konformes MP4 Format umgewandelt. Ihr seht, das ist sogar etwas größer. Hängt aber davon ab, welches Format wir hier wählen. Wenn ihr hier ein dementsprechendes Format wählt, kann es auch kleiner werden. Habt ihr Videos heruntergeladen, könnt ihr hier auch noch weitere Spielereien nutzen, wie zum Beispiel die Audiospur wählen, wenn denn in dem Video mehrere Audiospuren vorhanden sind oder eventuell auch die Untertitel mitnehmen. Ist jetzt hier nicht der Fall. Also haben wir das Video. Ich konvertiere das jetzt einfach mal in MP4. Klicke auf Konvertieren. Und das läuft ziemlich schnell hier durch. Wichtig, ihr seht, das Programm hat auch erkannt, dass ich eine Nvidia GeForce RTX 3070 hier verwende. Somit kann natürlich auch das GPU-Rendering verwendet werden. Und somit seid ihr nochmal eine ganze Ecke schneller. So, ihr seht, das Konvertieren ist hier extrem schnell durchgelaufen. Und wir haben jetzt hier unter dem Punkt Umgewandelte Videos das umgewandelte Video. Dieses Video können wir nun direkt nutzen, indem wir einfach die Datei öffnen, wo es liegt, indem ihr hier drauf klickt. Oder ihr könnt es weiterverarbeiten. Ich klicke mal auf Weiterverarbeiten. Jetzt wird das hier in dem Punkt Bearbeiten herübergeschoben. Und wir können da das Video weiterverwenden. Bevor wir das jetzt weiterverwenden, möchte ich euch nochmal die Herunterladen-Funktion zeigen. Diese ist auch sehr sinnvoll, wenn ihr zum Beispiel eure Videos nochmal herunterladen wollt. Ihr seid zum Beispiel TikToker oder Instagramer. Hier ist es manchmal nicht so gängig, diese Videos sich aufzuheben. Man lädt sie hoch und hat sie dann nirgendwo mehr gespeichert, möchte sie nochmal runterladen, weil man noch was verändern will oder einen Shot drausschneiden will. Auch kein Problem. Ich zeige es euch einfach mal. Wir haben hier die Plattform TikTok. Ich habe jetzt hier mal ein Video geöffnet. Aus urheberrechtlichen Gründen zeige ich es euch mal nicht. Kopiere jetzt einfach hier oben den Video-Link und füge ihn hier ein. Habt ihr hier oben das auf On gesetzt, ist automatisches Einfügen festgelegt. Das heißt, ich brauche nur noch hier rein zu klicken und der Link wird übernommen. Habt ihr das ausgeschaltet, müsst ihr ihn manuell hier einkopieren. So, wir sehen, das Video wird erkannt. Wir können hier diverse Einstellungen vornehmen. Diese unterscheiden sich von Plattform zu Plattform. Auf YouTube könnt ihr zum Beispiel auch noch die UNDUR-Titel und so weiter mitnehmen. Das könnt ihr dann auch hier einstellen. Hier auf TikTok können wir nur das Video herunternehmen und dann dementsprechend noch das Vorschaubild als Bild, wenn wir das möchten. Wir klicken hier auf Herunterladen und ihr seht, das Video wird analysiert und in einer rasenden Geschwindigkeit heruntergeladen. Die heruntergeladenen Videos findet ihr dann auch wieder unter dem Punkt Heruntergeladen. Kommen wir aber zurück zur Bearbeitung. Hier seht ihr das Video, was ich vorhin umkonvertiert, umgerendert habe. Jetzt möchte ich an diesem Video noch einige Veränderungen vornehmen. Das ist natürlich hier auch möglich. Wir haben hier diverse Werkzeuge, Tools zur Verfügung. Das wichtigste Tool ist wahrscheinlich das Schneiden. Ich möchte es euch einfach mal zeigen. Ihr seht, das Video läuft durch und am Anfang habe ich hier eigentlich nichts Weltbewegendes gemacht. Jetzt möchte ich das natürlich wegschneiden. Also fahre ich den Anfaser kurz vor dem Punkt, wo es hier losgeht. Das wäre hier und klicke auf das Scheren-Symbol. Dasselbe mache ich natürlich auch hier am Ende. Hier ist auch etwas nutzloses Material dran. Das wäre eigentlich ab. Ja, hier. Und schneide das auch ab. Wie entferne ich diese beiden Schnipsel? Ganz einfach. Ich klicke in den jeweiligen Schnipsel herein und drücke auf der Tastatur die Entfernt-Taste. Dasselbe machen wir auch vorne mit dem Schnipsel. Und weg sind sie. Wir klicken auf Bestätigen und haben das Video eingekürzt. Wir haben natürlich noch weitere Funktionen, wie zum Beispiel Zuschneiden. Mit Zuschneiden wollen wir nicht das Video in der Länge zuschneiden, sondern das Video einkroppen. Das heißt, es kann sein, ihr wollt einen Bildausschnitt im Video etwas näher zeigen. Das können wir hier mit dem Zuschneiden machen. Bevor wir hier zuschneiden, wichtig, wählt ihr noch das Format, in das ihr zuschneiden wollt. Kann sinnvoll sein. Wenn ihr zum Beispiel mit eurer Handykamera quer gefilmt habt, so ist das meistens 16 zu 9. Aber zum Beispiel auf TikTok oder Instagram wollt ihr eventuell ein anderes Format haben. Gerade Instagram schluckt hier gerne auch mal 1 zu 1. Also könnten wir hier zum Beispiel ein 1 zu 1 Video erstellen. Klicken also auf 1 zu 1, sehen, wir haben hier den 1 zu 1 Bildausschnitt. Und diesen können wir dann skalieren, ohne unser Format zu verlieren. Das heißt, ich möchte jetzt hier das an dieser Gewindestange zeichnen, die Arbeit. Und habe das jetzt hier dementsprechend eingekroppt. So, jetzt können wir natürlich noch zusätzlich Filter anwenden. Ist natürlich auch für dementsprechend Instagram, TikTok sehr wichtig. Die Filter, seht ihr, sind nicht auf meinem PC hinterlegt, sondern im Web gespeichert. Das ist gut, wenn ihr einen Laptop verwendet. Hier habt ihr nicht viel Speicherplatz. Hier ist es gut, wenn viele Bestandteile nicht auf eurem Gerät sind, um nicht eure Festplatte zu stark zu belasten. Wir suchen jetzt hier einfach einen Filter aus, den wir nutzen wollen. Ich sage einfach mal, so ein Schwarz-Weiß-Filter wäre sehr interessant. Wählen ihn aus. Und ihr seht, er wurde sofort angewendet. Des Weiteren habe ich hier eine Szene gezeigt, die ich etwas länger gefilmt habe. Ich möchte sie aber im Video etwas kürzer zeigen, weil ich da einfach nur was zeigen möchte, wie ich was eingeklebt habe hier an dieser Stelle. Gehe ich also auf den Punkt Geschwindigkeit und kann hier auch nochmal die Geschwindigkeit erhöhen. Im Moment geht die Szene 14 Sekunden. Ist eindeutig zu lang für diese Arbeit. Also klicke ich hier einfach mal auf dreifache Geschwindigkeit. Und ihr seht, wir haben die Szene auf 4 Sekunden hoch beschleunigt. Dann können wir natürlich noch ein Wasserzeichen einsetzen. Wasserzeichen können wir in Textform einsetzen. Und dann hier unten eventuell nochmal ein bisschen einfärben. Dementsprechend auch eine Schriftart aussuchen. Oder wir können ein vorhandenes Bild verwenden, wenn ihr zum Beispiel schon ein Wasserzeichen kreiert habt. Zum Beispiel vielleicht auch mit Transparenzen, transparenten Hintergründen. So könnt ihr das hier auch einfügen. Ich mache das einfach mal Bild hinzufügen. Nehme einfach mal eines meiner Logos. Und ihr seht, hier ist es schon im Bild. Jetzt ist das Logo ein bisschen groß. Kein Problem. Auch das können wir hier mit den Anfassern skalieren. Und an die richtige Stelle platzieren. Das Logo ist natürlich hier in diesem Schwarz-Weiß-Video etwas deplatziert. Etwas zu kreischig, zu beißend. Machen wir folgendes. Wir tun einfach eine Transparenz einfügen. Das heißt, das Logo hier leicht durchsichtig gestalten. Und somit ist es dann nicht mehr ganz so aufdringlich. Und auch damit haben wir das angepasst. So, jetzt haben wir unsere ganzen Bearbeitungen vorgenommen. Und klicken hier auf Bestätigen. Jetzt haben wir das Video soweit vorbereitet, dass wir es einfach nur noch rendern müssen. Das geht hier auch ganz einfach. Einfach auf Alle exportieren klicken. Und das Video wird nun mit den gewünschten Einstellungen, die ich gerade eben gemacht habe, durchgerendert. Das fertige Video findet ihr unter dem Punkt Bearbeiten. Wir können es uns einfach mal anschauen. Wir starten hier das Video. Und ihr seht, wir haben hier ein schönes 1 zu 1 Video mit einem Logo mit Beschleunigung eingecroppt. Und dann dementsprechend schon verwendbar für das Hochladen. Zum Beispiel, wenn ich einen kleinen Short erstellen möchte. Somit haben wir ganz schnell ein Video konvertiert und dann auch nochmal nachbearbeitet. Das Material, das fertig konvertierte Material findet ihr hier in diesem Ordner. Klickt einfach nochmal drauf. So findet ihr es direkt hier auf eurem PC und könnt es dann von hier direkt weiterverarbeiten oder eventuell auch direkt ins Internet hochladen. Wenn ihr euch hier für diesen Converter interessiert, schaut doch einfach unten in die Videobeschreibung. Dort habe ich euch den Converter oder den Link zu dem Converter verlinkt. Hat euch mein Video in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem, abonniert hier einfach meinen Kanal, denn abonnieren auf YouTube ist natürlich kostenlos. Und wollt ihr keines meiner weiteren Videos mehr verpassen, so klickt doch einfach noch neben dem Abo-Button auf das Glockensymbol. Ich sage mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.